Die Gerüchteküche rund um Let's Dance brodelt, denn offenbar wartet auf die Fans eine Überraschung, und ausgerechnet Renata Lusin könnte diese nun versehentlich verraten haben. Let's Dance hat Renata Lusin das Geheimprojekt verraten. Was läuft gerade hinter den Let's Dance Kulissen ab? Eigentlich ist die diesjährige Staffel der beliebten RTL-Show am 26. Mai mit der großen Profi Challenge zu Ende gegangen. In der sich Zolt Sandor Checke, 45, und Malika Chomew, 31, den Sieg sichern konnten. Doch nur wenige Tage später brodelte die Gerüchteküche bereits, als Ekaterina Leonowa, 36, in ihrer Story andeutete, für ein mysteriöses Geheimprojekt zu trainieren. Worum es dabei geht, wollte die Beauty bislang nicht verraten, erklärte aber, dass sich die Fans mit Sicherheit darüber freuen würden. Es wird ein Weihnachts-Special geben. Nachdem dann auch noch Massimo Sinato, 42, angedeutet hatte, aktuell auf etwas hinzuarbeiten, sowie Christian Polanz, 45, in einem Instagram-Live-Video vielsagend von einer Gala-Aufzeichnung sprach, zeigte sich dann auch noch Let's Dance Profi Renata Lusin, 35, beim Tanztraining. Und ein Let's Dance Fan will dabei einen möglichen Hinweis entdeckt haben, was es mit der Geheimnistuerei auf sich haben könnte. Bei Instagram heißt es Leute, wenn man in der heutigen Story von der lieben Renata genauer hinguckt, sieht man ja, dass sie in einem Trainingssaal ist, und am Spiegel sieht man einen Weihnachtsbaum und eine Lichterkette. Ich denke, es gibt dieses Jahr wieder ein Weihnachts-Special. Tatsächlich wäre das ein naheliegender Verdacht. Auch im letzten Jahr kam heraus, dass das Weihnachts-Special von Let's Dance im Sommer ausgezeichnet wurde. Ob sich Renata Lusin nun also tatsächlich verraten hat, und sich die Fans auch in diesem Jahr wieder über eine Spezialfolge im Winter freuen dürfen? Bislang hat RTL diese Nachricht zumindest noch nicht bestätigt. Untertitelung in felles Peak. bis zum nächsten Jahr aus. Bis zum nächsten Jahr. Sergey